Nador mit seinen etwa 165.000 Einwohnern ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Region Oriental im nordöstlichen Marokko. Nador gehört zu den am schnellsten wachsenden Großstädten Marokkos. Lage Nador liegt am östlichen Rand des Riefgebirges und ist bekannt durch seine Nachbarschaft zu der 12 Kilometer nördlich gelegenen spanischen Enklave Melilla. Landschaftsbringend sind die Lagune Machica, an deren westlichem Ufer Nador liegt, sowie die Vulkane Jotbelsebt und Jotbeltersaut. Nador liegt an einer der wenigen natürlichen Lagunen weltweit. Diese Landzunge, auch Machica genannt, wird derzeit touristisch, vor allem Ökotourismus, erschlossen. Zu diesem Zweck ist in den letzten Jahren ein neuer palmenbesäumter Prachtboulevard entstanden. Verkehr Nador ist verkehrstechnisch gut erreichbar. Es gibt einen internationalen Flughafen, der auch Verbindungen nach Deutschland unterhält. Eine im Jahr 2009 eröffnete Bahnlinie mit Anbindung an die Hauptstrecke Rabatouia sowie einen internationalen Fährhafen mit Verbindungen nach Almeria und Sete. Straßen- bzw. Autobahnverbindungen bestehen mit Tia und Gertsev. Von dort bestehen direkte Autobahnverbindungen nach Zentralmarokko und weiter zu den Metropolen am Atlantik. Flughafen Der Flughafen Nador ist der viertgrößte Flughafen Marokkos. Er liegt im Osten des Landes im Gebiet des RIF-Gebirges und weit der spanischen Enklave Melilla. Flugverbindungen mit dem deutschsprachigen Raum bieten Royal Air Maroc, Rheiner sowie Air Arabia Maroc an. German Wins übernahm die Strecke Köln-Bonnador von Air Berlin. Ab dem 30. März 2012 wird sie einmal wöchentlich und ab Juni sogar zweimal wöchentlich berdient. Seit 2015 wird der Flughafen ganzjährig auch von der Fluglinie Sun Express in Kooperation mit ML Tours angeflogen. Wirtschaft Die Wirtschaft der Stadt Nador sowie ihres Hinterlandes bestand früher hauptsächlich aus Fischerei und Landwirtschaft. In den letzten Jahrzehnten sind die leicht und schwere Industrie sowie die Bauindustrie hinzugekommen. Darüber hinaus wurden auch Arbeitsplätze in der städtischen Verwaltung und Infrastruktur geschaffen. In den Sommermonaten verbringen viele marokkanische Staatsangehörige aus Nador, die im europäischen Ausland arbeiten, ihren Urlaub in ihrer Heimat. Die Lage der Stadt nahe dem Meer und in der Nähe der spanischen Exklave Melilla sind Katalysatoren für den internationalen Handel. Heute spielt der Schmuggel mit Billigwaren aus Melilla immer noch eine große Rolle für die Einzelhändler aus Nador und Umgebung. Bevölkerung Die rapide wachsende Stadt hatte im Jahr 2014 etwa 165.000 Einwohner. Nador ist Ziel vieler Zuwanderer aus den Berbergebieten des Riefgebirges und des Mittleren Atlas, die den Großteil der städtischen Bevölkerung ausmachen und als Hilfsarbeiter, Taxifahrer und als Handwerker arbeiten. Führende Positionen in Industrie, Handel, Bankwesen und Verwaltung sowie in den Bereichen Medizin, Justiz, Technik, Bildung etc. liegen jedoch meist in den Händen der arabischstämmigen Bevölkerungsminderheit. Geschichte In früheren Jahrhunderten gab es hier wahrscheinlich einen Seeräuberstützpunkt. Verschiedene muslimische Machthaber Marokkos nutzten das vergleichsweise ebene Gelände um Nador als Aufmarschplatz für ihre letztlich vergeblichen Versuche zur Rückeroberung Melillas. In den Jahren von 1912 bis 1956 gehörte Nador zu Spanisch-Marokko. Sonstiges Nador ist Standort der Sendeanlage von Radio Medi 1, einer Großsendeanlage für Lang- und Kurzwelle. Zu dieser Sendeanlage gehört U.A. eine Richtantenne für Langwelle, die aus drei 380 Meter hohen abgespannten Stahlfachwerkmasten besteht. Diese Sendemasten dürften zu den höchsten Bauwerken in Afrika gehören. Der Standort für die Sendeanlage Radio Medi 1 ist die 500 Kilometer westlich liegende Stadt Tanga. Die Sängerin Namika veröffentlichte im Mai 2015 ein Lied über die Stadt Nador. Partnerstädte Frankreich Marseille Belgien Brüssel Niederlande Rotterdam Persönlichkeiten Mohamed Abedi Al-Karim Khatabi Freiheitskämpfer 90-Lied 6 10 10 11 11 12 11 12